Musik Oh, neue Runde, neues Glück Und was ist es, was ist es? Ach du Scheiße, oh nee Ich hasse die Map Also ich hasse sie nicht, aber ich mag sie ja irgendwie nicht mehr Ich hab die Map irgendwie nicht mehr lieb Aber das wisst ihr ja mittlerweile auch schon Was ihr ja auch mal machen könnt Da sind solche Abstimmungen irgendwie über die verschiedenen Karten Ja, keine schlechte Idee eigentlich Oh, geh ich da mal ran, ich hab Langeweile Zwölf Haben wir Republikaner dabei? Nee Slashwave Vielleicht keine Taste so gedrückt Es ist mir eine Freude Was soll ich jetzt hier noch machen? Ich weiß nicht, dass es online Ach guck mal hier Ja, danke Freundes, dass du es jetzt rumgepackt hast Er hat übrigens hier Merce, Merel, keine Ahnung Da oben steht es auch nochmal Er hat übrigens auch mal den Weg hier in den ReallyGalp Channel reingefunden Also wenn ihr da rein wollt, müsst ihr einfach nur eingeben Slash C Join Und dann We C Join ReallyGalp ReallyGalp So Gut, da bin ich jetzt in dem Fall bereits drin Das Problem ist, ich kann irgendwie in der Zeit nicht anzeigen Ob ihr drin seid Weil irgendwie Normalerweise kann man das mit dem Befehl Listen machen Aber irgendwie passiert da immer nichts, wenn ich das eingebe Also Listen, Kanalname Das fuchsiert aber bei mir irgendwie nicht Äh, ja Warum hab ich nicht die ganze Kartinemusik? Das wird Brugthammer So, Speed Kann sein, dass die Gegner immer nur total wenig sind Okay, jetzt hat es doch schon wie auch schon Speed Ich mach hier mal Feuer rein Dass wir hier die Getarntene enttarnen können Ich hab übrigens auch wegen dem Was ich in der letzten Folge nochmal angesprochen In der letzten Runde nochmal angesprochen hatte Ne, in der vorletzten Auf jeden Fall mit diesem Buckhofer Da hatte ich halt nochmal was abgeschaut Im Internet steht wirklich gar nichts dazu drin Also da steht wirklich Null In diesem Thema Was da drin ist Ich hab trotzdem nichts gefunden Weil ihr irgendwelche Internetseiten davon seht Und nochmal zu dem Anderen Bereich Den ich euch nicht gezeigt habe Wo ich gesagt habe Wenn ihr das sehen wollt Aber ich hab übrigens rausgefunden Dass der Weg zu diesem Bereich Mittlerweile auch schon bekannter Also ich dachte Ich wäre der Einzige Der den rausgefunden hat Aber Ne Der ist doch schon leider bekannter War zwar ein bisschen anders Als ich es gemacht habe Aber trotzdem vom gleichen Prinzip her Also das gleiche System Wobei zu diesem Weg zu kommen Hat er anders gemacht Oh wir haben hier einen Punkt Egal So Mir hat jeder doch sogar so eine Waffe hier angezeigt Oh die gleichen Punkte nochmal genau So der ist tot Aktiviere Kontrollpunkte Sichert sie für euer Team Da unten auch welche Einer ist da Wir haben zwei Punkte Jetzt aber was denn mit den Gegnern los Sechs müssen sie eigentlich mindestens sein Ich bin im Video Oh warum bin ich eigentlich schon wieder anführe Komm mal Hallo Guten Tag Er ist nicht mal gebufft Schlecht eigentlich Sehr gut Was heißt schlecht Ich bin doch genauso furchtbar Fuck Falsche Tasse gedrückt Kann er sich auch noch drücken Ja Also wenn ihr wie gesagt Den Schein rein wolltet Braucht ihr auch nur kein Passwort oder so Könnt ihr das einfach eingeben Ich verstehe echt nicht Warum ich die Spiele nicht aufsetzen kann Oh Unten geht es hier gerade ein bisschen ab Da hat es gerade geblinkt Der Box ist gar nicht mehr aktiv Ich vollidiot Äh Ja Ich bleib trotzdem mal hier Vielleicht wird der ja nochmal aktiviert Guck mal da ist der Jokebox Aber ich kann ihn hier nicht nutzen Deaktiviere Kontrollpunkte Haltet euch bereit Ich bin auch geheilt Wir werden bestimmt Heilungsbedaillen haben Oh Guck mal hier Noch wieder Wieder Mitte Ich glaube ich verlasse die Mitte gar nicht mehr Guck mal da ist noch einer Das weckt mich doch ey Wir haben schon wieder Speed hier drin Ich glaube ich verlasse die Mitte gar nicht mehr Das ist doch toll hier Mit Spaß Kann ich eigentlich noch was nü? Guck mal so Schönen Flächenschaden rein Wow Wir kämpfen hier alle um einen Punkt So schön im Punkt drin stehen bleiben Dass sie sich einheben können Oh verdammt Alter was geht denn hier ab? Wir kämpfen hier alle noch um einen Punkt Kampf um die Mitte Kommen wir Bisschen Munition aufladen Und dann weiter Wenn einer ist tot Machen wir einen Java hier mal an Kann sich vielleicht lohnen Wo das müssen wir dann glaube ich Anders haben mit dem Java Müssen wir 100 Gegner besiegen Also 100 Gegner mit dem Todesstoß besiegen Um halt den Erfolg bekommen Das ist eigentlich ein Erfolg für So toll Hallo Guten Tag Ich hab dich gesehen Wie viel ist der die Mitte an? Jawohl Ach die scheiß Bubble man Drecks Ding Wir hassen sie ja alle Aktiviere Kontrollpunkte Sichert sie für euer Team Habe ich die Leute drin? Oh wir haben den Punkt trotzdem bekommen Yeah Gewinnen wir die Runde tatsächlich? Öh Öh Boah fuck fuck Da oben haben wir jetzt auch noch bekommen Wart die Mitte ist ausgegangen? Scheiße Dann renne ich immer nach da Wo einer von uns hat Schiff angemacht Obwohl das erbringt jetzt auch nichts Ich glaube ich renne lieber nach oben Zum Geschütz Obwohl der Punkt ist wichtiger Ich gehe lieber zu dem Punkt Aber da geht gerade einer hin Wohl Wohl Welche ich immer noch geheilt Ja Ich bin noch voll Ich ziehe aus Oh das ist ein Gegner Komm ich will Ich will 5 Millionen Schaden machen Oh schön Neunte Medaille Jetzt Geil Oh wir haben gewonnen Yeah So Warte wen gebe ich jetzt Ups Was wollte ich jetzt gar nicht Ich liebe einfach mal Ihn hier weil er so viel Eilung gemacht hat Beeilung Kriege ich eigentlich schon wieder gar keine Stimme hier Was soll denn das Boah krass Acht Leute Ich bin gar nicht gestorben Ja jetzt labern wir doch nicht rein Gar nicht gestorben Oh ne Das geht doch gar nicht Das geht nicht Und wenn Ich würde so wenig Stimmen mir vergeben Versteht's nicht Warum kriege ich ja gar keine Boah das ist laut Endlich mal wieder eine Runde gewonnen Juhu So neue Runde Neues Glück Wollt's da Ach nein Ich hasse diese Map auch Na gut aber vielleicht haben wir ja heute eigentlich bei den Tag der Karten die ich nicht mag und trotzdem rocke weil Und dessen mag ich ja bekanntlich auch nicht und da haben wir es ja auch locker gewonnen Ja Was sind wir? Oh gut wir sind Verteidiger Die Angreifer sind angekommen Behandeln Sie sie als gehörten Sie zur Republik und verhindern Sie sich, dass Sie den deutschen Kern des Schiffs sicherstellen Wir spielen gegen das Imperium Ich hab sowieso das Gefühl, dass irgendwie mehr Imperiale Spiele ja PvP spielen Also gegen Grabs haben wir es nämlich kaum noch zu tun Ich weiß nicht ob Ob es irgendwie so ist, dass die Warum hängt da oben eigentlich ein Raumschiff drin Guck mal hier, können wir direkt abgeben hier PvP Und nur die Toleranz annehmen Und die Kiste aufmachen Ich weiß gar nicht, wofür ich die Dinger brauche Guck mal jetzt haben wir es auch online Und was habe ich da gerade verkauft? Okay passt alles Bitte kehren Sie zurück, wenn Sie vorreite Wollen wir gleich mal high schreiben Spiel ja nicht gefunden So das Spiel ist heute irgendwie verpackt Und das hatte ich vorhin auch schon das Problem Ich geh auch mal da hin Oh fuck, fuck, fuck Jetzt müssen Sie aber funktionieren mit dem Schreiben Ich bin eh schon fast tot Oh, das ging schnell Jetzt hat es geklappt Dass man das nicht schon vorher absinden kann Vier, jawohl Oh fuck Das wäre das beste, wenn man einfach nur schreibt vier Aber du weißt gar nicht wo Ja, leck mich doch, ey Auf Komm hier, schön Dings fahren Nimm mal auf die Seite Äh, wie viel sind wir auf der anderen Seite? Äh, da ist nur einer, das ist gut Und äh, fuck Ich nehm hier wieder Runde Wenn ich mit der Runde fertig bin So Ja, daran merkt man wieder, dass ich überhaupt nicht gut schreiben kann Ja Hat gerade aufgehalten, Alter Hilfe, weh Hilfe wahrscheinlich Komm jetzt hier, lass mich raus Oh fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Ja Es ist gut, dass ich nur mal nach unten geschaut habe Ich kenne die Tricks des Spiels. Ich habe immer noch nicht mehr geprüft, ob es mit dem Sound überhaupt richtig ist. Ich will es echt nicht vorstellen, dass liegt das. Ich habe in dem Programm, also wie ist das Programm? Real Tech Audio Manager oder wie auch immer das Scheißen heißt. Da habe ich jetzt einfach mal den Großhaut etwas leiser gestellt. Da habe ich keine Ahnung, warum das so laut war. Ich habe da eigentlich nichts umgestellt, der war immer so laut eingestellt. Also auf 20 oder so war da immer eingestellt. Ich habe den auch mal auf 15 runter gemacht. Aber dieses Runterholen, das... Ich glaube, das war gerade ein bisschen dumm. Ja, das mit dem Runterholen, das kann man ja auch mal so... Ich weiß auch nicht, wie man das runterholt. Wie man sich so einen runter... Alter, ich muss mich vielleicht mal auf dem Spiel konzentrieren und mich auch so runterholen. Komm mal hier, hallo, Dark of Lights. Kann ich den nicht rausschubsen? Ja, kann ich. Ach, unschlagbar, das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Sieben Medaillen haben wir. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, ich bin wieder tot. Vergesst unschlagbar. Wird sowieso nichts. Boah, fuck, 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 fuck. Das ist ja schwer so unkonzentriert. Na ey, der dick legiert sich. Leute. Wir müssen die Kamera nach hinten machen. Die Kamera furchtbar ist. Das merkt man auch, wenn man diesen... Wack jetzt wirklich schon wieder davon... ...auslösen will. Dass die Kamera einfach so teuer am Rumspacken ist. Ja, links. Ich seh das, ich seh das. Wenn wir das hier halten können, dann passt das ja eigentlich. Das ist natürlich die Tür noch aufkriegen. Das ist natürlich das schwierige. Hallo, schieße mal. Die Attacke leuchtet so. Ja, fick dich. Und jetzt hab ich auch noch Pech. Oh, fuck, da ist ja nur noch einer. Ja, grad noch so geschafft, hätte. Ja, wenn das Feuer da ist, kannst du da nicht drauf drücken. Hallo, warum hat der jetzt wieder aufgestanden? Das Geräusch da grad so... ...woah. Auch wenn ich so traurig und hier scheiße nachgemacht hab. Ja. War wieder im Dauersterben hier. Oh, die Tür ist schon offen. Oh, fuck, 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 fuck. Hab ich gesehen. Jetzt hätte ich das Feuer, ja, dann habt ihr keine Chance. Ach, guck mal, da waren wir aber noch unsichtbarer. Hallo. War es sogar noch unsichtbarer? Wie ist einfach immer, weil ich ja versuchen will. Eine Minute elf, na, also wenn wir das jetzt noch die Zeit halten, dann haben wir... ...und dann die erste Tür selber aufkriegen, dann haben wir es gut dabei. Jetzt halt sieht es ja noch nicht schlecht aus. Zwar auch nicht gut, aber auch nicht schlecht. Alter, ich überlege mir übrigens auch, ob ich so einen Highlight-Channel machen soll, wo ich so Highlights drauf mache. Also, ob ich Propie-Highlights jetzt allgemein, das ist jetzt Play-Highlights, wo ich irgendwie den Blödsinn habe. Ob ich sowas noch machen soll, also... ...wenn das gerne haben wollt, dann schreibt mal in die Kommentare. Ja, noch eine Dings hier. So. 30 Sekunden noch. Aber das müssen wir durchhalten. Wollt ihr das, haltet ihr durch? Okay. Okay, es haben wir geschafft. Ich weiß nicht, ob er schon zählt, wenn man die Bombe anbringt, oder erst, wenn sie explodiert. Auf jeden Fall, ja, egal. Aber es ist trotzdem geschafft. Oh Mann, jetzt konnte ich das nicht mehr aktivieren hier. Das haben wir geschafft, super. So, bis gleich. So, geht weiter. Fuck, ich bin ja schon... ...hab ja vergessen, zur Aufnahmetaste zu drücken. Ja, das war doof. Warum versuche ich das überhaupt? Sättig, das wird sowieso nichts. Schön weggeschubst, das habe ich doch gut gemacht. Ich renne mal nach hier und lenke die mal ab. Ach komm, ich werde den ja gewirkt, ne? Komm, einfach versuchen, hier zu tappen. Die Chance nutzen. Boah, jetzt haben wir die das wieder her. Das ist schon wieder weg. Zu kurz gucken hier, da sind viele von uns. Gehen wir mal nach da rüber. Er ist fast tot, dann gehe ich mal lieber auf ihn. So, ich werfe ne Granate und er kriegt Heilung. Natürlich. Schön da noch hinschubsen. Und versuchen, da drauf zu... Ja, es war klar, das ist uns nicht beherabend. Warum versuche ich das auch? Warum schießt er wahrscheinlich schon wieder nicht? Manchmal schießt er einfach nicht, obwohl die Attacke hier leuchtet. Und der Typ direkt vor mir steht. Versteht das einfach nicht. Ja gut, das hätte ich jetzt auch drauf achten können, aber... Das hätten wir sowieso nicht geschafft. Komm, er muss sterben. Oh! Moan. Meine Hass-Attacke in dem ganzen PvP. Und natürlich die Stunts. Ich bin genauso furchtbar. Eine noch furchtbarer, aber... Ich glaube, er ist auch scheiße. Komm, hier Medipack. Ich hab eh so meinen schönen wenig Medipacks hier. Ich kann mir auch mal welche nehmen. Oh, fuck. So spät geklickt. Wir müssen auf jeden Fall mehr Kills machen. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich hier viel zu oft sterbe. Wie jetzt gleich. Ich konnte nicht mal mehr zum Medipack da hinten hin. Obwohl ich bezweifle hätte, dass es da ist. Für Sinter sind zwei. Das heißt, die müssen sechs sein. Höchstens. Ich soll ja damals mal so ein Pack gegeben haben, dass man mit mehr als acht Leuten im PvP sein konnte. Wie das jetzt genau ging, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber... Es soll auf jeden Fall so gar nicht funktioniert haben. Komm, ich muss erst sterben. Er hat noch... Elf Prozent, null Prozent... Ja, ich bin jetzt wieder tot. Auf jeden Fall schön viele Kills jetzt machen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt hier noch nicht mehr aufkriegen werden. Ich hab keine Heilung mehr. Ja, gellisch. Komm, komm, komm. Schauen wir hier hin. Fuck. Jetzt hab ich auch noch so dumm. Nie sehr eine Nase, eh. Boah, ii. Eklig. Da sind zwei von uns. Ich geh an mich auch mal mal hin. Ach, da ist ja noch der zweite. Scheiße. Wäre da jetzt nur einer gewesen, hätte ich den wunderschön weglocken können. Schade. Aber die Taktik war eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Taktik eigentlich, muss ich sagen. Wenn ich jetzt tot bin, gleich. Ich glaube, jetzt hat das WD-Pack extrem viel gehalten. Manchmal hat das gar nichts. Manchmal... Wann ist es vier? Hat er die Rode schon angefangen? Ja. Was ist das eigentlich? Ich meine, werde ich die zwar nicht so scheiße im Schubsen. Ich meine, werde ich die aber auch noch aktivieren hier. Zu spät. Wann, warum müsst ihr ja jemanden dann schubsen können, wenn man einmal tippen kann? Ach, fliegt mich doch, ey. Immer diese scheiße Stunne, ey. Wird da noch Agro? Komm, komm, das schafft er, das schafft er. Yeah. Ich geh jetzt alle auf mich. Hallo, ich hab doch nichts getan. Komm, hier Heilung, Heilung, Heilung. Für die scheiß Heilung, Alter. Das haben wir, glaube ich, gewonnen, oder? Der Pader gut gemacht. Wer ist das jetzt? Hier, ja. Hoffentlich war er das jetzt auch. Kriegsspiel beendet. Kriegsspiel beendet. Gebe ich ihm einfach mal die Stimme. Ja, er hat die Tür aufgemacht. Stimmt, wie. Kriegsspiel wieder keine Stimme. Oh, guck mal, hier, 22 Kills. Immerhin. Hinten mal, ich mehr Kills gehabt? Ich glaube, wir hätten so oder so gewonnen, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht zählen. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ist denn, die Typ? D 획.